Panna Cotta mit Erdbeeren und Rhabarbeeren Zubereitung Gleitene im kaltem Wasser einweichen Krne-Dabel aufschlagen, mit Lenz halbierter Vanilleschote und dem Zucker in einen Topf zum Kochen bringen 5 Minuten bei kleiner Hitze kochen lassen und vom Herd ziehen Die ausgedrückte Gleitene einruhren 6 auf unbekanntes Zeichen FL 6 Förmchen mit Frischhaltefolie auskleiden Erdbeeren waschen, putzen und 6 Erdbeeren als Dekoration beiseite legen Die restlichen Erdbeeren fein rufeln Die Vanilleschote aus der Krne-Dabelmischung nehmen, die gewürfelten Erdbeeren unterhören Vanilleschote auskratzen und das Mark zurück in die Creme geben Rhabarber waschen, die Haut entfernen, aufheben für die Garnitur Rhabarber in feine Abschnitte schneiden und mit dem Butter Zucker und der Butter in einen Topf Unterrohren erhitzen Sobald der Zucker goldbraun karamellisiert ist, den Rabar unbekanntes Zeichenbär der Eltbeersanne hinzufügen und gut verrühren. Die Fruchtzannen schon in die vorbereiteten Formchen füllen und im Kühlschrank für mindestens 4 Stunden, besser über Nacht kalt stellen. Zum Servieren mit Hilfe der Folie stürzen. Jeweils auf Teller mit einer in CR4-Mitabel getauchten Eltbeere und Rabar unbekanntes Zeichen der Schalen dekorativ anrichten. Glasierte Radieschen mit Wachteleien Für 6 Portionen Zutaten 2 Bund Radieschen 30 Gramm Butter 3 EL Honig 12 Wachteleier 6 EL Olivenöl Salz Pfeffer aus der Mühle Zubereitung Von den Radieschen die Blätter entfernen, dabei ein wenig vom Grün stehen lassen. Radieschen waschen und trockentupfen. Butter in einer Pfanne erhitzen. Radieschen bei kleiner Flamme schmüren, Honig zugeben und gut umrühren. 100 ml Wasser angießen und für 10 Minuten kochen lassen. In der Zwischenzeit die Wachteleier 3 Minuten kochen, kalt abschrecken und schälen. Die Eier halbieren und zusammen mit den Radieschen in kleinen Schälchen anrichten. Jeweils 1 EL Olivenöl da übertriffeln und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Warn oder kalt servieren. Tipp! Statt der Wachteleier kann man natürlich auch normale Eier für das Rezept verwenden. Dafür jeweils ein gekochtes Eier halbieren und mit dem Radies unbekanntes Zeichen schon auf flachen Dellen anrichten. Lammschulter mit Rosmarin und Minze Für 6 Portionen Zutaten 1 Bund frische Minze 150 Kuh Ricotta 2 Rosmarin-Zweige Salz Pfeffer aus der Mühle 6 EL Olivenöl 1 Lammschulter Ohne Knochen ca. 1,5 kg 250 g grüne Bohnen 100 Kuh Zuckerschoten ca. 250 Kuh Babykarotten 1 Albergine 4 Pipa Brote Zubereitung Backofen auf 210 Grad zelsenlos vorheizen Minze waschen Treppen schütteln einige Blätter beiseite legen Rest Blätter hacken Ricotta Gehackte Minze und Rosmarin verrühren Mit Salz und Pfeffer würzen 200 ml Wasser und 2 EL Olivenöl dazugeben Fleisch waschen Trockentupfen In einen Bräter geben Mit der Ricotta-Masse bedecken Im Backofen eine Stunde garen Dabei alle 15 Minuten wenden Inzwischen Bohnen und Zuckerschoten waschen und putzen Karotten putzen und sehr unbekanntes Zeichen nehmen Bohnen im kochendem Salzwasser 10 Minuten kochen Nach 5 Minuten die Zuckerschoten zugeben In Eiswasser abschrecken Albergine waschen In mundgerechte Stücke schneiden Restliches Olivenöl in einer Pfanne erhitzen Alberginen darin von beiden Seiten bräunen Pieperbrote in Streifen schneiden Alberginen scheiben darauf schichten Restliches Gemüse in die Pfanne geben Eventuell noch etwas Ohl angießen Mit Salz und Pfeffer würzen 5 Minuten unter Rühren braten Sobald das Fleisch gar ist Aus dem Ofen nehmen In Alufolie wickeln und 5 Minuten ruhen lassen Das Fleisch vom Knob unbekanntes Zeichen Schlöse in Scheiben schneiden Mit dem Gemüse und dem Auge unbekanntes Zeichen Dienen Pita Broten auf Tillern anrichten Avocadokassesuppe mit Blumenkohl Für 6 Portionen Zutaten 3 Avocados Saft von einem Zitrone 3 Schalen Kresse Salz Ein kleiner Kopf Blumenkohl 750 ml Hühnerbrühe 6 EL-Kromedabel Pfeffer aus der Mühle 400 Kuh Nordseekrabben Nach Beliebenbrunnenkresse zur Garnitur Zubereitung Avocados halbieren Entsteinen Fruchtfleisch mit einem Esslöffel aus der Schale heben Und in Würfel schneiden Mit dem Zitronensaft vermischen und beiseite stellen Kresse waschen In kochendem Salzwasser eine Minute blankieren Abseihen In Eiswasser abschrecken und tröpfnass im Mixer pürieren Blumenkohl in Rüschen zerteilen Und in der Hühnerbrühe gar kuh unbekanntes Zeichen tschen Ein paar Rüschen als Suppeneinlage beiseite legen Und den restlichen Blumenkohl mit der Brühe und den Avocados zusammen pürieren Kremeldoppen einruhren Mit Salz und Pfeffer abschmecken Kurz vor dem Servieren die Suppe erhitzen Und die pürierte Kresse in die Suppe rühren Die Blumenkohl rüschen in vier schädlichen Verteil Unbekanntes Zeichen lehnen Die Suppe darüber gießen Und nach Belieben mit Brunnenkresse garnieren Die Karben als zusätzliche Anlage zur Suppe servieren Tipp! Statt der Nordseegkappen kann die Suppe auch mit Fischzube Unbekanntes Zeichen reitet werden Dann den gesamten Blumenkohl pürieren Und fünf Nehme unbekanntes Zeichen Tim vor dem Servieren mundgerecht geschnittene Fischstücke in der Suppe gar ziehen lassen Blätterteigtarte mit Frühlingszwiebeln Für vier Portionen Zutaten 8 Bund Frühlingszwiebeln 20 Gramm Butter 2 EL Zucker 300 Gramm TK Blätterteig 4 Platten L75 Kuhn 2 EL Thymian Mehl zum Bearbeiten 2 Eigelb 2 EL Creme Freike 80 Gramm Ziegenfrischkäse Salz Pfeffer aus der Mühle Zubereitung Frühlingszwiebeln putzen Wurzeln und das dunkelgrüne Ende abschneiden Butter in einer großen Pfanne erhitzen Zucker zugeben und hellgelb karamellisieren lassen Frühlingszwiebeln nach und nach jeweils zwei Minuten scharf darin anbraten Offen auskühlen lassen Jeweils zwei aufgetaute Blätterteigplatten mit J1-2 EL Thymian bestreuen und deckungsgleich übereinander legen Auf einer bemehlten Arbeitsfläche je unbekanntes Zeichen Weil's zu einem Rechteck, das etwas breiter als die Frühlingszwiebeln sein soll, ausrollen Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen Die Ränder der Platte auf einer Breite von einem Zentimeter dunkel mit Wasser einpinseln und in Schlag unbekanntes Zeichen gehen, fest andrücken Die Frühlingszwiebeln abtropfen lassen Auf den Blättern unbekanntes Zeichen Teigplatten verteilen Dabei den Rand freilassen Punkt 1 Eigelb verquirlen und den Teigrand damit einpinseln Für den Gust das restliche Eigelb, Chiamifraike und Frischkäse zu einer glatten Masse verrühren Mit Salz und Pfeffer abschmecken In Tupfen gleich unbekanntes Zeichen mäßig auf dem Gemüse verteilen Im frühgeheizten Backofen auf der untersten Schiene bei 225 Grad Celsius Gas 4, umluft 200 Grad Celsius 20 bis 25 Minuten backen Auf einer Platte anrichten, mit restlichem Thymian bestreut sofort servieren